Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Januar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Kaiserswerth. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 110 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1650 Euro. Falls Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns telefonisch oder via Internet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017